Hallo, hallo, ihr seid bei Kaoskanz, ihr seid bei Angie und heute gibt es was? Aerobic! Yes! Ich war heute in der Elsa, in der Elsa Brandschirmschule und hab dort Retro Aerobic gemacht. Ja, wenn ihr mal guckt, hier, das ist das City Room Studio. Da hat bei mir alles angefangen, ja. Und ich sag euch mal, ich zeig euch mal, was ich so damals anhatte. Surprise! Wow, wow, wow! Aber der Hammer ist erst hinten! Was könnt ihr sehen? Ein String! Tja, also ich sag mal, no way, dass ich das jetzt anziehe. Aber, so sahen wir alle aus! Hammer, oder? Ich fand's cool, es war so eine coole Zeit, kann ich euch sagen, wer damals dabei war. Mensch, ich hör mich ja an, wer damals dabei war. Aber, Hammer Teil! So, ich möchte jetzt mit euch ein Warm Up machen. Retro Style, ja. Und ihr kommt einfach mit. Ich mach Musik an, ihr macht ein bisschen Platz und dann geht's los mit Warm Up. So, immer schön rechte Beine. Arme mit. So, das ist ja einfach noch. So, Achtung, Beine öffnen. Und wieder schließen. Das müssen wir zählen. Hier außen, komm mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machst du noch zweimal. 1, 2, 3, 4. Einer mehr. So, das Ganze auf 2 und 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wiederholung. Sehr gut. Na, das klappt doch super. So, Achtung, wir starten. Side Step. Ein Single Side Step ist das. Das heißt, du machst einen Schritt zur Seite. Die Arme erstmal entspannt. Jawohl. Das sieht gut aus. 4, 3. Schau mal. Doppel. 1, 2. 1, 2. 2 Schritte. 2 rechts, 2 links. Easy. So, die Arme nehmen wir erstmal ganz entspannt. Das 2 rechts und 2 links. So, wenn du möchtest, mach einen Mini Jump. Schritt Jump. Schritt Jump. Schritt Jump. Schritt Jump. Nochmal. Schritt Jump. Wenn du sagst, ich will nicht springen, geh zurück. Auf 2, 2. Wenn du willst, nehmen wir jetzt folgende Arme. Hier hast du den Arm fein. Zurück. Nochmal. Yes. Eine, eine, eine. Gute Lage. Komm mal rein. Yes. Mach hier mit mir. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 4. So, Achtung. Marschiere rechte Bein. at. 1, 2. 2. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. Top gemacht. Wir kriegen einen Squat. Ein Squat ist eine Kniebeuge. Schau mal. Squat. So ein bisschen wie wir hinsetzen. Jetzt. Immer Arme. Row. Row. Noch mal. Row, row, row. Einer noch. Letzte. Marschieren rechts. Ich war schön. Beim letzten Spiel musst du darauf achten, dass du die Beine zumachst. Finale. Letzte Mal die rechte Seite. Side step. 1, 2, 3, 4. Jump. Und zurück. Front kick. 1, 2, 3, 4. Cross kick. Achtung. Squat. Rechts, links. Roll. Roll. Marschieren links. Alles links. Oh mein Gott. 4, 3, 6. Und. 1, 2, 3, 4. Doppeln. Zurück. Was kommt? Links. 1, 2, 3. Cross. 1, 2, 3. Squat. Row. Und. Row. Und. Row. Letzte. Marschieren rechts. Wuhu. So. Alles zusammen. Rechts und links. Oh mein Gott. Bestanden. Side step rechts. Go. 1, 2, 3, 4. Jump. Zurück. Front kick. Und. 1, 2, 3. Cross kick. Und. Jetzt. Gib mir Squat. 1, 2, 3, 4. Marschieren links. Links. Alles rüber auf die linke Seite. 4, 3, 2. Side step. Und. 1, 2, 3, 4. Doppeln. Zurück. Front kick. 1, 2, 3. 2, 3. Linke Bein. Squat links. Ja. Nochmal. Sehr gut. Marschieren. Rechts. Wir sind wieder zu Hause. Finale. Fertig. Seit step. 1, 2, 3, 4. Doppeln. Zurück. Achtung. Kick. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Cross. Squat. 1, 2, 3, 4. Achtung. Schauen wir zu mir. Auf. Und tief. Auf. Und tief. Auf. Und tief. Auf. Und tief. Und tief. Der letzte. Marschieren links. Sechs. Wir starten. Neun. Fertig. Los geht's. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Doppeln. Zurück. Und tief. Und eins. Zwei. Drei. Cross. Eins. Zwei. Drei. Achtung. Squat links. Mit rolling arms. Yes. Einer noch. Achtung. Und links. Rechts. 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 Übergang. Genießen. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Maschine weg. Juhu. Den ersten Teil habt ihr. Das war das Warm Up. Ja. Könnt ihr für jede Aerobics Stunde nutzen. Easy going. Easy easy. Wir sehen uns gleich. Bei Aerobics. Radio Time. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Let's move.